Mein Name ist Fabrizio, ich bin hier bei Pfizer Freiburg im Bereich OPEX, steht für Operational Excellence, als CycleTime Program Lead tätig. Die CycleTime ist dafür da, dass wir unser gesamtes Produktportfolio von Wareneingang bis Warenausgang kontinuierlich über die nächsten Jahre optimieren. Nach meinem Studium habe ich zunächst als Projektingenieur diverse Projekte bearbeitet rund um das Thema Lean Management unter anderem. Diese Materie an sich hat mir immer sehr gefallen. Dann habe ich diese interessante Ausschreibung hier bei Pfizer in Freiburg entdeckt, was natürlich super gematcht hat inhaltlich, als auch, dass Pfizer einfach für mich schon zuvor immer sehr interessant war als Unternehmen an sich. Da hat sich natürlich eine super Gelegenheit ergeben, sich hier zu bewerben und es hat auch geklappt. Und auch die Zeit im ersten Job hier bei Pfizer in Freiburg war super, woraufhin ich mich dann weiterentwickeln durfte und seit einem Jahr eine neue Stelle ausführe.